Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal spiele ich... Fuck. 3, 2, 1. Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal ist eine neue Folge von einem Case Opening. Und ja, ich werde mal 5 Kisten eröffnen, deswegen seht ihr auch 5 Keys, die sind teuer genug. Ich koste jetzt so 10 Euro und ein bisschen mehr. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen hier mit dem an. Mit einer Operation Preenix. Preenix. So. Und... Da kann man gar nicht so schlechte Sachen rausbekommen. Ich hoffe mal, ich bekomme irgendwas Geiles. Weil die letzten Case auch mit Ninks. Na, ich glaube, ich werde den... Danke. Tech Nights Unst... Und die Condition... Warte, die sieht richtig scheiße aus. Egal. So, dann erst mein... Operation Breakout. Bitte. Ey, Butterfly. Ich liebe Butterfly-Messer, deswegen habe ich mir diese Kisten gegönnt. Ich werde zwar wahrscheinlich kein... Oh, 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 oh. Ja, ich habe meinen Pink. Oh, 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 oh. Sieht sogar ganz gut aus. Ich kann ja gleich mal nach Conditions gucken. Ja, so, dann kommen jetzt hier Operation Preenix. Mh... Wir sitzen da in der Mitte immer. Oh, komm schon. Hier sind schon geile Skins dabei. Ja. Zum Beispiel die Tech Nights Endstorm. Nein, Mann. Warum? Warum denn? Warum die Tech Nights Endstorm? Die wohl kann man immer. So, den Chroma Zweigkistenschlüssel hebe ich mir für den Schluss auf. Ja, das war richtig. Ich dachte gerade, das war falsch. So, komm. Ne, reiben bringt nichts. Ich klicke es einfach mal an so und jetzt... Oh, bitte, bitte. Gaben. Gaben! Komm, warum nicht die Supernova? Komm schon. Okay, ein MP7-Skin finde ich geil. Urban Hazard. Wird auch nicht so scheiße aus. So, und jetzt kommt's, Leute. Den Chroma Zweigkistenschlüssel. Behälter öffnen. Und... Go! Die Skins sind ultra geil. Hier, der Neon Rider Teil zum Beispiel. Oh nein, warum die Negev Manowar? Die ist richtig schlimm. Also, die sind... Keine Ahnung, was ist das? Ich meine, guckt euch die an. Die Negev ist übrigens... Die schöne... Sch... Sch... Schlimmste Waffe. Die schlimmste Waffe, meiner Meinung nach. So, ähm... Äh... Ja, erworben. Ja. Das ist es. Tech Nights Handstorm. Mhm. Ist... Ist gut, ne? Ich liebe dir. Ach, Mann. Habe ich übrigens sogar schon mal ausgerüstet. Warte mal. Kann ich... Kann ich einen Aufwertungsvertrag machen? Oh... Oh... Nein! Mir fehlt eine, die ich nicht... Die ich opfern könnte. Wisst ihr was? Wie viel Geld habe ich denn noch? Äh... Hier. Äh... Kiste. Kisten. Ich könnte mir ja mal... Schlüssel holen. Okay, zwei Schlüssel gönne ich mir noch. Nein, hätte ich gleich auf zwei zurückgefunden. Oder? Komm, letzter Schlüssel. Eine Kiste behalte ich. Oder? Ne, ich brauch zwei Blue. Ne, ich möchte kein Blue, aber komm. Oh, bitte, 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 bitte. Ey. Was ist das? Ich bin hier noch am verzweifeln, Leute. Ne. Ne. Ich hol mir jetzt keinen Schlüssel. Ich hol mir einfach irgendeinen billigen Blue Skin. Äh, Mann. So, wir sehen uns gleich. Ich hol mir nämlich jetzt erst aus dem Community Market einen billigen Blue Skin. So, Leute, da sind wir auch wieder im Spiel. Und jetzt werde ich mal einen, äh, mit Auffertungsvertrag machen. Und ich hab mir mal die schlimmsten Skins genommen, wie ich mir dachte, die man nehmen kann. So, ich muss ja auch meine Sandstorms mal loswerden. Und ich hab mir ganz viele Negevs Terrain geholt, weil ich die hasse. Und die billig waren. So. Ich möchte, ich möchte das mal ein bisschen. Äh, dann mal Austausch entfernen. So. Jetzt hier, hier wieder eine Tech-9. Ne, das auch vom Austausch entfernen. Jetzt eine Tech-9. Dann Negev. Dann wieder eine Tech-9. Dann eine Negev. Dann, dann noch eine Negev. Und, ja. Weiter. Keine Rang. Äh, bin natürlich hier Gold-1. Gold-1. Ja. Ähm. Heil. Heil. Gabe Newell. So. Heil Gabe Newell. Ja, ich weiß, dass das mit E geschrieben werden sollte. So. Ich hab keinen Bock zu sehen, was ich bekomme. Da fehlt ein Hashtag übrigens. So, jetzt heißt ich Hashtag Marty. Und der Strich. Nö, äh, die zockt. Und dann, keine Ahnung, hier. Ähm. Äh. Äh. Herz. Herz. Geben. Äh, äh. 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 So. Vertrag absenden. Äh. Ich will nicht. Okay. Dafür hab ich einen Euro geblecht. Das ist billiger als so eine scheiß Kiste. Kiste. Yay. Uh. Ich freu mich. Ja. Wie toll. Uh. Also, über die Glock 18 freu ich mich wirklich. Aber. Was soll ich sagen? Der Rest. Naja. Aber hier. Das kann ich für T ausrüsten. Warte. Jetzt kann ich nach den Conditions gucken. Minimale Gebrauchsspuren. Mh. Einsatz erprobt. Einsatz erprobt. Naja. Keine. Keine FN. So. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Leute.